Der All-in-One-PC HP Envy 23 Rackline lässt sich nicht nur per Maus, Tastatur oder Touchbildschirm, sondern auch über Gesten steuern. Die dafür notwendigen Infrarotsensoren von Leap Motion sind in der PC-Tastatur untergebracht und erkennen Position sowie Ausrichtung der Hände und Finger. Neben ausgewählten Spielen lässt sich damit auch der 3D-Atlas Google Earth steuern. Am besten funktioniert das, wenn sich die Handfläche ungefähr 10 cm oberhalb der Tastatur befindet. Nach einigen Minuten Übung hat man sich an die empfindlichen Sensoren gewöhnt und kann den 3D-Atlas problemlos um mehrere Achsen zu gleichsteuern.